Ich frage mich, womit die die einzelnen Sounds gemacht haben. Die Yoshi-Geräusche haben sie doch mal gezeigt, ne? Einfach ein paar Japaner aufgenommen und dann schnell. Da die Yoshi! Guck mal, die Punktzahl blendet sich immer aus, wenn du da herläufst. Yo, cool gemacht. Ey! Scheiße! Dann geh da durch! Boah. Boah. Ganz schön knapp. Was machst du da? Na toll. Ich dachte schon, du gehst im letzten Moment oben her. Richtig falsch. Ich will dich töten. Komm, geht der Block nicht weg. Oh. Eins, zwei oder drei? Komm, haben wir ne höhere Chance. Ich will gar keine höhere Chance haben. Ich hab ne höhere Chance jetzt, dich zu töten. Das weißt du, ne? Oh, ne. Dann lau ich da nicht hin. Na, ich kann das nicht ändern. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Weißt du, wenn wir der Kack-Zauberer? Komm mir bekannt vor. Ja. Die Stage ist anders. Magie! Komm, wie ängstlich man da guckt. Oh mein Gott. Er greift gleich an. Ey, kann ich da rein? Na, noch nicht. Oh Mist. Ach, sauber. Ja, geschafft. Jetzt komm her. Ich hoffe, mich hochzunehmen. Boah, jetzt. Jo. Aua. Haha. Der hat dich gefickt. Ja. Ach Mist. Boah. Ja. Du Wexler. Ey, ich bin voll der Profi da drin. Scheiße. Scheiße. Oh Mist. Ja, ich hab ihn. Ja? Ja. Schade. 1-1. Aber ich glaub, du läufst dafür eher nach rechts, oder? Nee. Nö. Ich glaub, es ist jetzt immer so, dass der Verlierer immer nach rechts gelaufen ist. Der Verlierer. Wir haben beide gewonnen. Jetzt wieder. Oh, das ist ja die Prinzessin. Guck mal. Das ist aber hoch. Der sieht irgendwie cool aus. Der kann fliegen. Schönes Schiff. Voll behindert. Das ist, wenn das jetzt so ein paar mal passiert, wie dumm ist die eigentlich sein. Oh, wieder hinterherlaufen. Ja, sechsmal noch, ne? Ich stört. Und dann nenn die Acht, da ist eine Leiter. An was? An so'n, so'n alten Plattenspieler. Ja. Für nur noch unten so'n Teil, ne? Das können da auch selber basteln. Wenn wir euch das mal zeigen. Ein How-To. How-To-Bastel. Mikrofonverstärker. Äh, ein Mikrofonverstärker. Ist der runtergerutscht? Ist der cool? Ja, cool. Voll defekte, man. Das muss ich mir nochmal in Slow-Mo angucken. Ich baue dort ein. Ist mir egal, Copyright kann mir am Arsch lecken. Ey, du! Du, boah! Achso, ich bin da. Ja, normal. Ich hatte da noch nie. Was ist denn das? Jetzt kannst du nur rutschen. Oh. Was kann der denn noch? Oh. Jetzt hast du da. Ah. Zum Rutschen rück nach unten. Oh, voll geil. Guck mal. Hast du gesehen? Der ist sogar runtergeklatscht. Oh, WTF. Ach man, seid mal voll geil. Nein. Wah. Nein. Boah. Was hatte ich für ein Glück? Ey. Oh. Warum haben die ne Brunner auf? Die unten auf. Warum nicht ne Stroh? Oh. Willst du noch kleiner? Der Peter hat den kleinsten. Den kleinsten Luigi. Wo bin ich? Help me please. Mal. So krieg ich dir ja nie. Boah, jetzt hast du den ganzen Spaß. Boah. Boah. Boah, bist du blöd. Du hättest da reinrutschen können. Kann immer noch. Hey, du. Bist du blöd. Boah. Ich dachte schon, die Falle jetzt rein. Oh nein. Jetzt. Falle tot. Rutsch da rüber. Boah. Boah. Nein, rutsch da hin. Da wär ich tot gewesen, ne? Ja. Oh, du bist auch gestorben, hab ich gar nicht gesehen. Da weiß ich, er schüttelt sich ja. Was machst du denn da unterm Tisch? 17,21. Später haben wir noch nicht. Halt, warum bin ich denn jetzt klein? Was ist denn nass? Und du nass fehlst. Warte, hol mal hin. Oh, warte. Boah. Und, spring runter. Maa. Wär voll cool gewesen. Ich wollte gerade. Scheiße, der Reis hat mich zu sehr aufgehalten. Kannst du ihn nicht mitnehmen? Ich hoffe, du kannst dranbleiben. Nimm das, nimm das. Oh nein. Hast du ihn nicht genommen? Scheiße. Ist voll geil, wie der springt. Wie geil. Oh nee. Den können wir mitten heben, dann können wir das. Bleib da drin. Ey. Ey. Da muss ich schon mal heilen. Ey, du Sack. Ey, nee. Was machst du denn? Das passiert, wenn wir zu viel sabotieren. Wieso schüttel ich eigentlich voll egal? Wir sind aus dem Level raus und ich schüttel immer noch. Morgen die Tastatur. Ey. Dann sag ich mal, oh, oh, no. Was machst du denn hier unten? Boah. Das überlebst du nicht. Drei. Hä? Voll schnell. Ja. Dafür ein längerer, schwarzer Bildschirm. Hä? Ich kann mich nicht mehr untersehen. Ich auch nicht. Ah, jetzt geht's mal. Wo war das denn? Boah, du Sack. Der war so pro, Leute. Übel. Oh. Ich bleib dran. Der Panzer verfolgt dich. Wenigstens ein Ansporn war, sich zu beeilen. Hilfe. Oh. Ich bin aber gut. Das zerstören. Ich bin auch rot runter hergeslidet. Jetzt weißt du, hast gesehen, wie das geht. Gib dir Mühe. War nix. Aber warum geht das nicht? Das geht. Ja, warst du doch nicht, oder? Nee, normal überlebst du das. Oh. Ey. Also einer, der gut spielen kann, überlebt. Arsch. Weißt du, ich schaff's selber nicht. Boah. Das wär jetzt echt. Ma. Warum greifst du mich denn immer? Mo. Mo. Der hat mich grad. Getötet. Boah, wenn du verweckst, ne? Ma. Scheiße. Du hast nur noch zwei Leben. Hm? Ich hol ein. Auf. Ein. Bei 10 Millionen Punkte machen wir auch ne Pause, ne? Bei 10 Millionen? Wie viel haben wir denn? Noch keine. Ein. Boah, voll auf Drogen, rast da, oder? Ah, Gegner. Zocken. Ah, jo. Seh schon. Wow. Was siehst du? Wie viel Punkt wir haben. Oh. Ma. 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 Oh. Oh. Cool. Warte. Oh, nicht. Boah. Oh, danke. Ach so, gegen Soho? Ja. Ach ja, über mich. Nein. Verlum. Ey, du Arsch. Du Arsch. Boah. Boah. War viel Spaß mit ihm. Klappt schon, der wollte dich. Mich wollen sie doch alle. Ha, ha, ha. Oh. Nein. Nein, du. Du dreckiger. Ey. Ey. Boah. 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 Mit Stern gestorben, da muss man erst mal schaffen. Aber cool. Help me please. Boah. Was ist da drin? Ja, was wohl? Nein. Boah, schade. Hey, du. Was machst du denn? Zu sterben, oder was? Hab ich doch gut geschafft, ne? Boah, ich dachte, ich sollte gerade hier runter. Boah. Boah. Können wir da rein? Das war voll die gemeine Falle. Ich wollte dir das runter schubsen. Nur mal Glück gehabt. Ah, hier. Wie, ah, hier. Ne, ich meinte jetzt, ah, hier muss man springen. Und sterben. Ich würde es jetzt nicht riskieren. Ja, das ist ja nur bei dir schwer. Ich zeig dir gleich mal was schönes. Ehh. Wow. Das liefer gut. Pass auf, stell dich mal da unten hin. Geh noch nicht rein da. Ne? Ja. Geh da unten hin. Ich zeig dir da was. Geh mal in eine Mitte, Mann. Ich töte dich. Ja. Oh. Was war denn da? Wolltest du mich runterwerfen, oder? Nein, ich wollte dir echt verzeigen. Ach so. Oh. Ey. Mach. Boah. Oh. Nein. Hau ab. Ja, hallo. Jetzt halt meine Ruhe. Schnell hoch. Jetzt bitte nicht. Oh. Ja. Nein, nicht du. Nicht du. Du kannst halt nicht. Oh. Na einmal. Nein, nicht. Oh. Voll riskant. Oh. Warte. Das ist die Zeitende. Mal. Lass mich noch einmal. Fäder mach du. Weißt du Bescheid. Ja, warte, warte kurz. Warte, bleib du mal oben. Aber ein Feld hinter der Kanone. Boah. Ein Stück zur Seite. Ein Stück zur Seite, dass ich schieße. Leben holen. Unendlich. Oh, Mist. Wer klappt denn hier? So zu wenig. Ich könnte noch sterben. Boah. Nein. Du sollst. Oh. Warte, warte auf mich. Willst du nochmal alles machen oder was? Ganz ruhig. Boah. Boah. Ey. Boah, wer? Jo. Boah. Warte, warte, warte. Oh, warte. Jo. Pilzreil. Ey. Oh, no. Oh, nö. Willst du mich wieder... Jetzt benutzt er mich. Nein. Nein. Ich hab...